In mein Haus reinzugehen ist auch keine Möglichkeit, da gehe ich immer nachts rein. Was ist das Geräusch? Hier gibt es auch alles Gute, den Sieg gibt es auch alles gut. Hier gibt es die Mülltonne, alles gut. Was ist das für ein Geräusch? Hase, Bär, wo ist Ziege? Ja, da bist du. Ich will nämlich, was hat er? Oh, Emerald. Oh, guck, da ist doch Eisen und ein Emerald. Und Kohle überall. Kohle einfach überall. Was ist das? Ich hatte es besprochen. Was ist das Geräusch? Hase, hast du was geguckt? Hast du genau alles geguckt? Wie viele Leute? Was ist das Geräusch die ganze Zeit? Was ist das Geräusch, wenn es irgendwelche, so, oh, es bricht, irgendwelche Sprache? Oh, ich bin runtergefallen. Ach, wie viele Leute sind hier überhaupt live. Wie viele Leute sind hier live? Oh, wer bist du? Wer bist du? Ich wohne hier. Hase, Bär, Ziege. Alle, äh, Angriff. Alle gucken, was da in der Mülltonne ist. Oh, da ist nix kacke. Alle, siehst du... Äh, ja. Was soll das? Oh, was soll die Blume sein? Bedeutet... Okay, das mache ich. Oh, jetzt eine Wiese. Ich mache hier die Blume hin. Ja, okay, wer bist du? Was ist das? Ich bin ein... Ein Spiele. Ein Spiele. Ich bin ein Spiele. Hast du viel Geld? Gib mir bitte. Gib mir bitte. Alle beide? Nein. Oh. Oh, darfst du die ganze Zeit mich erschreckt? Oh, mein Gott, ist das laut. So laut? Ja. Schön, dass du das spielen. Darf ich mit dir gehen? Oh, warte, wo bist du? Ah, da bist du... Nein, 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 nein Wir müssen hier gerade raus, dann kommt das Wasser her. Ich habe schon das Wasser gesehen mit dem Glitz. Geht denn raus? Ja, warte! Bitte warte! Ich weiß nicht, wo dein Haus ist. So viele Mondblumen. Wo ist dein Haus? Warum ist das hier? Ich weiß nicht. Vielleicht war hier ein Räuber. Wo bist du? Das für dich. Danke. Das auch. Leute, Angriff! Spaß, ich kann die Geräusche hören, was das bedeutet. Das bedeutet, wir haben Besieg, was du gerade gemacht hast. Was ich gemacht habe, heißt, alle angreifen. Warum hast du mich geschlagen? Ich habe die Haare nicht geschlagen. Aber ich habe das Haare anbekommen. Wow! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Wo bist du? Ich bin hier. Wo? Du schlappst da? Ja. Oh mein Gott. Was ist? Du hast Flügel. Wer bist du? Ich? Ja. Wer heißt du? Ich heiße Lisa. Ich heiße Simba. Komm zu mir. Ich habe ein bisschen Angst. Weil du hast Flügel. Ich habe ein bisschen Angst. Was ist? Ein von meinem Haus. Warum? 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 Das hast du nicht gefragt. Das ist kein Beton. Ja, ich muss schnell weglaufen. Ich werde ab heute jetzt üben. Was fliehen? Um zu kämpfen. Oder fliehen. Fliehen? Das ist fliehen. 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 Fliehen.